Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Ankündigung. Ich habe für euch auf diesem Kanal ein Special vorbereitet. Und zwar nicht nur ich alleine, sondern ich habe dabei tatkräftig Unterstützung. Der Michael Erle ist an mich herangetreten, das ist ein Autor und er möchte gerne sein neues Buch präsentieren. Und ich habe dieses Buch vorab lesen dürfen und mit ihm sogar ein Interview führen dürfen. Und wir sprechen in diesem Interview über das Buch, aber auch über Michaels Tätigkeit als Autor. Und dieses Interview möchten wir gerne mit euch teilen. Und dann wird es noch zusätzlich zwei weitere Videos auf meinem Kanal geben. Und zwar Lesungen, also Ausschnitte aus seinem aktuellen Buch, was wir auch im Interview ansprechen. Das Buch heißt Die Gehörenden Brüder und ich hoffe, dass ihr viel Spaß mit diesem Special haben werdet. Es warten also drei Videos auf euch, ein Interview und zwei Lesungen, dass ihr euch einen richtigen Eindruck von dem Buch machen könnt. Und ich hoffe, dass ihr auf das Special genauso gespannt seid wie ich. Haltet die Augen offen, da passiert jetzt demnächst auf meinem Kanal ganz, ganz viel. Und ich freue mich auf euer Feedback, ob euch so eine Special Edition gefällt, ob euch Lesungen gefallen, ob euch Lesungen und Interviews gemeinsam gefallen. Lasst es mich gerne wissen und dann sehen wir uns ganz, ganz bald zum Special. Ich freue mich, euch das ankündigen zu dürfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis bald. Tschüss.